Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Heute zeige ich euch, wie ihr diese Bread Rules eine neue Art herstellen könnt. Als erstes bröselt ihr die Hefe, dann gebt Zucker und 50 Minuten Wasser dazu und rührt das Ganze miteinander. Dann lasst ihr das Ganze zugedeckt für 10 Minuten gehen. In der Zwischenzeit rührt ihr die Butter und das Mehl miteinander. Dann gebt ihr die Hefe und das Wettliche Wasser dazu und rührt das Ganze so lange bis ein Tag entsteht. Dann geht's. 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 Ich habe die Hüte geblieben. Dann zudecken und für eine 3,4 Stunden drehen lassen. Jetzt ab in den Ofen damit bei 160 Grad für ca. 25 Minuten Backung. Fertig sind die Brötchen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.